Terminal 1 Ich war im Terminal und ich nicht, und ich nach Deutschland nicht geflogen bin. Ich flog in den Anedot aus der Germanie. Ich habe ihn nicht bei Terminal 1. Aber was ist Israel? Also bein, die uns in der Kirche. Die Kirche ist der Kirche. Das Kirche ist der Kirche. Das ist der Kirche. Und die Kirche ist der Kirche. Und die Kirche ist der Kirche. Ich fühle mich auf die Kirche. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich freue mich darüber. Ich kann es auf Deutsch zu sagen. Ich freue mich darüber, dass ich eine Entscheidung gemacht habe. Ich bin froh und ich bin froh, ich bin froh. Mein froh ist in Deutschland, aber meine Heimat ist hier in Israel. Ich entschuldige mich, dass ich auf Deutsch gesagt habe. Ich habe viele Deutsch seit letztem Jahr gelernt, aber es ist nicht so meine Dinge. Meine Dinge hier sind in Sprache.